Dann wollen wir mal. Terramoto, Musik klar machen! Jawohl, kommt sofort! Kommandantin, wie sollen wir als nächstes vorgehen? Sayonara-Sturmangriff! Was ist denn jetzt wieder der Sayonara-Sturmangriff? Ein Stürmerangriff, bei dem man sich vom Gegenüber verabschiedet. Jetzt mal langsam, das soll ein Sturmangriff sein? Volle Kraft, tu raus! Die Escalator-Fraktion weiß eben, wie eine Operation geführt wird. Kommandantin L, wir sind getroffen! Die hinter den Hügel da vorne! Also lasst uns mit allem kämpfen, was wir haben. Wir dürfen sie nicht unterschätzen. Bist du, du kleiner Dreckskerl? Mädels, ihr müsst jetzt wirklich sehr aufmerksam sein. Denn das ist der Kampf der Champions. Ja! Feuer! Eine Frage, dürfen wir schon von dem Kuchen essen? Wie heißt es doch so schön, der Sieg kommt zu dem, der am geduldigsten ist. Hab mal irgendein Feldherr gesagt? Jé! 4 Millionen Tischen 8 Millionen Tischen 5 Millionen – 2 ideally Sonnabe verl 법 Verdunzu von anderen 3 1 6 Millionen Tische